Der Ex-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer musste sich nach seinem Tweet über ein Bild von Luisa Neubauer belehren lassen. Scheuer hatte der prominenten Klimaaktivistin unterstellt, bei einem aufgenommenen Foto während der Demonstrationen in Lützerath das Material nachgebessert zu haben. Bestens ausgeleuchtet oder mit Photoshop nachgeholfen – Hauptsache hoher Aufmerksamkeitsfaktor, schrieb der CSU-Politiker unter seinem Fotopost, der die 26-Jährige zeigt, wie sie von Polizisten weggetragen wurde. Grund für Scheuers Annahme war ein Lichtschein, der dafür sorgte, dass Neubauers Gesicht gut ausgeleuchtet wurde. Scheuer wurde daraufhin von einem Journalisten der dpa zurechtgewiesen. Denn das Foto stamme von einem Reporter der Nachrichtenagentur, der vor Ort von dem Vorfall berichtete. Hallo, zur Erleuchtung, das Licht kommt von einem Polizeimannschaftswagen, der in der Nähe stand, berichtigte die dpa Scheuers Aussage. Scheuer hatte bisher keinen Kommentar zur dpa-Berichtigung abgegeben. Dafür sorgte sein Kommentar für Spott und Häme seitens der Community.